Für uns als Bergbau Kitzbühel ist es ganz essenziell, immer mit vorne dabei zu sein. Wir trauen unserem Motto die Ersten am Berg. Und insofern war es für uns sehr wichtig, dass wir da auch Innovationstreiber sind, gemeinsam mit der Skidata und unseren Gästen, dieses Produkt, das Skiticket, am Handy bieten zu können. Es geht nicht um die Innovation per se. Es geht darum, dass wir unseren Kunden Mehrwerte bieten wollen, dass wir den Kundennutzen erhöhen wollen. Und das treibt uns an, dass wir hier noch besser sein. Natürlich ist es auch der Anspruch und der Vergleich mit den Mitbewerbern, der uns hier vorangehen lässt. Aber es sind eigentlich die Ergebnisse, die letztlich unseren Gästen zugutekommen sollen, die zählen. Grundsätzlich sind wir schon immer von der Idee getrieben und gesteuert. Wir wollen die Prozesse für unsere Gäste möglichst einfach gestalten. Und da ist die Digitalisierung natürlich eine der wichtigsten Grundlagen dafür. Wir sind der Meinung, dass die Nutzung der Kitschi App in Kombination mit der Mobile Flow Handy Ticket Solution die ideale Art ist, damit wir den Gast besser kennenlernen. Wir können den Gast im Nachhinein somit besser servisieren und ihm die relevanten Informationen zukommen lassen, die ihn wirklich interessieren. Als Abrundung zum Komplettpaket von Skiteater, die die gesamte Kassenticket- und Zutrittslösung umfasst, haben wir uns letztes Jahr eben entschlossen, Mobile Flow auf das gesamte Skigebiet auszuholen und somit das Kundenerlebnis noch einmal merklich zu verbessern. Dass wir auch jetzt bereit sind, schon unser gesamtes Skigebiet mit diesem Handy Ticket auszustatten. Wir haben 86 Zutrittskontrollen, auf die wir uns verlassen, auf die wir sagen, das ist die Lösung. Und mit deinem Handy Ticket, das du in der Tasche oder auf der Brust trägst, kannst du überall bei uns fahren. Und diese Sicherheit, die wir da haben, das ist einmal das Vertrauen in unseren Partner, aber auch das Wissen um die Lösung, dass das einfach die Zukunft ist. Jetzt haben die Gäste, die Möbel fährt, mit dem Skiticket am Handy Skifahren zu gehen. Unsere Vision ist aber schon, dass er von der Anreise von zu Hause mit seinem Handy alles buchen kann. Mit dem Zug anreisen, die Skiausrüstung, den Skiverleih bussen, wenn er hier ist, der Gast dann im Hotel alles mit dem Handy erledigt und vor allem oben am Berg, beispielsweise bei unseren begehrten Skihüten, einen Tisch zu reservieren. Da werden wir mit dem Handy zukünftig sehr, sehr viel machen können und das wissen wir, das ist auch der Wunsch unserer Kunden, dass wir uns so weiterentwickeln. Also jetzt ist der Startschuss für moderne Zukunft gegeben. Wir merken ein sehr großes Interesse aus der gesamten Branche, vor allem wollen sie wissen, ja, funktioniert das denn jetzt wirklich? Und ich kann mittlerweile sagen, ja, es funktioniert. Kommt, schaut es euch so, probiert es, kommt zu uns, geht es Skifahren und ja, die entsprechenden positiven Rückmeldungen geben uns auch Recht und bestätigen uns auch in unserem Weg. Wir haben sehr viel und sehr stark von der internationalen Erfahrung von Skidata profitieren können. Und von diesen Erfahrungen, die aus ganz anderen Teilbereichen, aus anderen Branchen herangezogen werden, die hat man hier natürlich sehr stark gemerkt, dass hier eine Bauer dahinter steht, dass hier Überlegungen dahinter stehen, die eigentlich sehr komplex und wirklich jetzt einmal für dieses Projekt wichtig waren. Also mehr als die Erfahrungen von anderen Bergbahnen war es vor allem dieses Know-how von Skidata, das uns sehr geholfen hat. Von Skidata Von Skidata Von Skidata Von Skidata Vielen Dank.